Ah, stöhnte er. Ja, Menschin, du vielleicht, ich bin ja das Bärlach. So, Mo sagte er noch eine Weile. Denning, er war sehr aufgeregt. Komm, neuried ich ihm, lass uns was zu Essen schießen. Gehen wir in den Hofholdinger Forst. Nee, sagt er, da gehe ich nicht hin. Ich habe gehört, er soll in Heidhausen. Ich sage, was? Davon weiß ich nichts. Er muss aber ziemlich in Neuhausen. Das machte mich dutzig. Na ja, so nahm wir dann Pfeil und Bogenhausen. Jawohl, Prost, Neuhausen. Ging in den Fasanengarten und schossen drei fette Hasenberge. Zu guter Letzt ging es noch ein paar Perlechhänger in die Falle. Und da kam Otto, der einen wilden Dagell fing. Ich sagte, lass ihn frei, Mann. Aber war nichts zu machen, er wollte nicht Freilassing. Na ja, dann haben wir uns Lagerfeuer gemacht und tranken noch ein bisschen, ein paar doppelte Stachos. Und ich, da übertreibe ich nicht jeder noch mindestens eine Pula Rotwein. Der Rest war Mentor schweigen. Ja, ich muss sagen, das war ein schöner Urlaub. Das nächste Jahr fahre ich nach Hamburg. Und wenn ich daran denke, bekomme ich schon jetzt eine ganz blanke Nese. Applaus Vielen Dank.